Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town. Da geht's auch schon los. Mir fällt direkt mal der Kopfhörer aus dem Ohr. So läuft's hier bei diesem schönen Spiel. Und wir befinden uns gerade in dieser Kinderzimmer-Map. Wieder eine große Runde. Ich zeig's mal gerade. Hier, die sind alle dabei. Der Dennis, der Tobinato, der Pezet, der Currywurst, der Slaymassev, der Taras und meine Wenigkeit, der Saraza. Guten Tag, freut mich sehr. Guten Tag. Hallo. Ich bin der NoSend. Ja, das ist ja die Kinderzimmer-Map. Ich bin der NoSend. Hallo. Ich bin auch innocent. Ich würde nie was anderes sagen. Ja, ja. Das ist ja die Kinderzimmer-Map. Ich frag mich ganz haltet, ähm, an der sag ich jetzt nicht mehr. Wusstet ihr das sehen? Ja. Ja, der Paddock ist leicht erkältet, wenn er sich wundert, warum der sich so seltsam anhört. Das sind Haribos hier. Wie geil. Entweder das oder das Minus kaputt. Man weiß es auch nicht. Das sind Bassett. Weiß doch jeder. Ey, weißt du, du widersprichst. Du bist Traitor. Was? Und Chaos, dir muss ich doch was zu bezahlen. Deswegen bin ich Traitor. Ich will da nicht draufklettern. Das ist gefährlich, was ihr macht. Das machen auch nur Traitor eigentlich. Sag mal, wir sind jetzt sieben Leute in einem Spiel, ne? Sieben Leute sind dabei. Und da oben, da ist schon wer bei den Bleistiften. Seht ihr den? Sehr auffällig. Oh, der ist erschossen worden. Oh, wer? Der ist erschossen worden, oben bei dem Bleistift. Oh, der ist erschossen worden. Vom Sniper. Wer hat einen Sniper in der Hand? Vorsicht, ihr solltet euch im Deck umbewegen. Also ich hab eine MG. Ach, du Heilige. Wer hat hier einen Sniper? Wer das ist? Ich geh mal gucken. Das ist bestimmt der Kevin. Ja, Kevin ist das, weil er die ganze Zeit die Schnauze hält. Oh Gott. Ja, ja, ja. Wer ist denn hier unten? Das können wir ja, das Auswahlverfahren können wir ja machen. Oh, Peyset ist hier. Womit ist der Tobi? Wie komm ich? Ich geh gerade da hoch. Tobi, Alter. Ja, natürlich. Tobi, was machst du da, Alter? Dennis? Der Tobi ist in der Schublade, Alter. Oh, fuck. Der Tobi ist in der Schublade, Alter. Ja, ich bin runtergefallen. Voll runtergestürzt, übelst. Ich bin da drüber geblumpt. Alter, schon wieder, nur noch zwölf Leben. Lass es sein. Voll mörderisch. Oh, Alter. Wetter geschossen. Benni. Ich dachte doch, es ist der Dennis. Ey, ich bin doch hier oben, ihr Penners. Benni? Ja? Hier oben wurde aber jemand abgeknallt. Hier ist Blut. Warum bist du extrem angehörtet? Angehörtet? Weil ich genau wie der Walle eben die Leiter da runtergekommen habe. Ja, ja, Benni. Ja, ja, genau. Dann sagen sie alle so, Benni. Da haben wir doch gerade noch drüber geredet. Ich hab's nur einmal knallen hören, dann bist du vom Walle weggelaufen. Oh mein Gott. Ey, was? Ich hab ihn erschossen, ich guck grad nach. Und, er war Benni? Okay, ja, Benni war's. Ja. Warte mal, wenn du den erschossen hast, dann zeig... Ja, was denn? Dennis? Wow. Curry, aber wenn... Curry, Sascha. Sascha, wenn du den erschossen hast, wer sagt denn, wer sagt denn, wer sagt denn... Nee, guck hier, der Patrick ist noch da und der Tobi ist auch noch da oben. Aber der Walle wurde von der Schrottflinte erschossen. Ja. Und... Ja, kann doch sein, dass Sascha grad seine Waffe gewechselt hat. Nein, so weit denkt er nicht. So weit sind wir noch nicht. Hä, wieso soll ich meinen eigenen Traitor-Kollegen umbringen? Aber der Dennis hat auch nicht Schrottflinte. Ja, um auf dich abzulenken. Ich war doch da hinten, Alter. Wie soll ich denn da... Das stimmt. Um vielleicht auf dich abzulenken, Alter. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, ich sollte nie mehr trauen. Ich würde dem Paddy... Der Paddy kriegt gleich Ratio-Farmen verschrieben, übrigens. Na, gute Preise. Gute Besserung, Alter. Wie viel Geld habt ihr dafür gekriegt? Wir müssen mit der Shotgun aufpassen, dass der Dennis uns nicht zu nahe kommt. Dennis, geh weg. Ey, warum... Guck mal, wie er ablenkt, so weißt du? Ja, ja, genau. Guck mal, Tobi hat so eine Pistole. Alter, hier ist wieder so eine Mäusefalle. Vorsicht. Patrick? Also, ich bin's nicht. Machst du da, Tobi, Alter. Dennis, geh weg. Warum bist du eigentlich... Tobi, warum bist du eigentlich... Warum bist du eigentlich verletzt, Tobi? Weil ich eben hier runtergefallen bin. Ja, ja, ja. Alter, wir fällen hier runter. Ich hab ohne Scheiß... Ich hab echt das Gefühl, dass es der Patrick oder der Sascha ist. Nee, ich bin's nicht. Er kann ja nur. Ich hab'n Benni grad umgebracht. Warum sollte ich den meinen eigenen Kollegen... Ja, Sascha. Aber der Curry, wo ist Curry überhaupt? Tobi? Alter, Patrick, geh weg oder schieße. Geh weg oder schieße. Wo ist denn der Kevin? Kevin ist ruhig, ne? Oder ist der Tod? Oder ist der Tod? Oder ist er eine Minute Zeit? Da muss ich echt mal ein bisschen beeilen. Ich glaub, der ist in die Blatt mit der Unterwäsche gefallen. Natürlich. Und darf immer stecken geblieben. Nur wo ist denn der Unterhose? Ey, könnte... Alter, geht doch mal weg, Jungs, hier. Warum... Ey! Ich drehe eine Mäusefalle. Ah, geh weg. Nein, Dennis, Dennis, Dennis! Höf! Dennis! Nein! Nein! Geh weg! Nein! Nein! Lauf! Ich hatte keine Munition mehr! Scheiße, Alter! Ich hatte keine Munition mehr! Krass! Boah, ich hatte... Ich hatte die Opam, Alter. Ja, sorry, Dennis. Das war echt schlecht gemacht von mir. Das ist echt schwierig. Ich hatte keine Munition mehr, Alter. Jetzt frag ich mich aber immer noch, was ist mit dem Kevin los? Der sagt nichts mehr. Ich hab dem Kevin direkt am Anfang Headshot gegeben mit der Sniper. Oder was sagen, der ist ja am Anfang gestorben. Bei den Bleistiften, Alter. Der ist erledigt worden, direkt. Ich bin direkt am Anfang gestorben, Tobi. So geil, der sagt so, was macht der Kevin da oben, Headshot? Weil alle ihn so angeguckt haben, weißt du? Ich hab das Spiel schon langsam raus, so. Aber was für den großen... So was von weggefegt, das war voll gemein. Aber was ein bisschen so problematisch bei uns ist, wenn wir alle auf eine Stelle hängen, hat der Trader eigentlich gar nicht so die Chance, jemanden umzubringen, weißt du? Aber diesmal haben wir es echt gut hingekriegt, dass wir, dass die Toten den Mund gehalten haben. Gehalt haben. Ich war ganz still, ey. Ich bin mit dem Benni hier. Hi Benni. Wie geht's dir? Ich bin mit Patrick hier unterwegs. Patrick? Bin alleine. Hallo Patrick. Was macht ihr denn da, was macht ihr denn da, Tobi, Alter? Hallo Taro. Tobi, geh mit deinem Hintern aus meinem Gesicht. Der Currywurst ist hier bei mir. Der Currywurst. Die machen da Facetting. Der Kaktus, der macht Schmerzen. Kack was? Bitte was? Die Erkenntnis des Tages. Boah, das ist mir viel zu gefährlich, hier runter zu gehen irgendwie. Scheiße. Ich fall hier auch immer runter. Ich hab voll Panik. Hilfe, Hilfe, Currywurst. Tobi, bitte. Sag mal, bist du Traitor? Ja, klar. Alter, was ist denn hier oben für eine Party, Alter? Boah. Was? Sag doch einfach mal. Alter, Patrick, hallo. Geht bitte weg hier. Ey, wer hat da eine Granatung durchschmissen? Hier oben drauf. Hey, es brennt hier unten. Was ist hier oben los, Alter? Was ist hier oben los, Leute? Ich bin hier unten gewesen. Mag ich nicht mehr, was weg geht. Okay. Reicht's. Was ist hier los, Alter, Leute? Nein, bist du verrückt, Sascha? Bist du verrückt? Oh, Alter. Auf mich wurde geschossen. Nein. Der Sascha hat eine Granate geschmissen. Alter, was ist mit euch los? Der Sascha hat eine Granate geschmissen. Der Curry, der Curry war es. Hör auf, hör auf zu schießen. Der Curry ist es. Der Curry ist es. Macht was. Er hat eine Granate nach mir gebraucht. Das ist es. Oh, Mann. Benny. Ah, schön, ey. Oh, wen haben wir denn hier? Taros war es schon mal nicht. Ah, der Patrick war auch Trailer. Der Tobi, hast du mir zugehört? Ja, ja, der Kevin ist es. Und wer noch? Frage ist, wo ist Patrick war noch Trailer? Wo ist der Curry hin? Ist er an der Leiter? Jetzt bin ich. Ich versuche hier gerade runter zu klettern, aber es klappt nicht. Ich habe Angst. Wo ist der hin? Weiß es nicht. Ich bin tot. Ich bin überall. Habe ich ihn erwischt? Nee. Ja klar, deswegen ist die Wunde auch noch nicht vorbei. Tobi ist über mir. Benny. Versuch. Keiner hat was verstanden, Alter. Der T.S. Boah, der T.S. ist recht zu abgeschissen. Ist ein Trauerspiel. Du müsstest ruhig sein, sonst werden wir wieder gehatet. So, Kevin. Ja, Tobi. Kevin. Nein. Was? Sehr schön. Tobi, Alter. Was war das denn mit dem? Jetzt habe ich gerade Fratzen gemacht. Das war eh geil. Was habt ihr da oben mit dem Feuer gemacht? Beim Walle war er am besten. Ach, der Sarazos spielt mit Facecam, oder was? Wir haben die mega mies. Spielst du mit? Spielst du mit? Was auch? Ja, der Sarazos spielt mit Facecam. Nee, niemals. Also das Video wird wohl so viele Dislikes haben wie noch nie. Was? Facecam. Was? Ich hatte nur noch ein... Was? Der Traitor ist schon verbrannt da oben. Ist eigentlich ne... Wer hat das gemacht? Der Sascha, der... Der Sascha, der hat die Granate... Findet sich selber in die Luft gesprengt, Alter. Weil ihr mich nicht da rausgelassen habt. Super. Das war schon wieder unschuldig. Ja, super. Bin auch schon wieder Traitor. Ach, Traitor sei es. Bin schon wieder unschuldig. Ja, ja, Tobi. Tötet mich ab. Tötet euch und holt euch. Tötet mich ab, Tobi. Das war doch ein freundlicher Versprecher, ey. Ja, Tötet mich doch, wenn ihr denkt, dass ich Traitor bin. Tobi. Den Hate holt ihr euch in den Kommentaren. Ja? Äh, äh, äh. Patrick. Weil du es bist. Ey, geht weg von... Was zielt ihr beide so auf mich? Weiß nicht, du hast ne Shotgun. Du hast ne Vorsicht. Du bist ein potenzieller Feind. Hey, lieber. Was auf den Benni zielen? Okay. Nicht nur wehren. Okay. Ich erkunde grad mal die Karte. Ey, kannst du mal damit aufhören? Hm. Ich erkunde die Karte. Patrick. Ich wollte eigentlich ein anderes Bild reißen. Geht irgendwie momentan nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich will die doch mal zeigen. Es gehen immer mehr Meldungen ein. Ja, wer soll es denn noch sein? Guck mal, der Sarraza erkundet die Karte. Wie cool ist das denn? Nein. Er will die Spieler mit aufsitzen. Alter, ich bin hier in diesem Luftzug-Ding. Ich bin hier mit dem Dennis unterwegs. Oder, Dennis? Bist du das? Ja, ich bin runtergefallen. Nee, das bin ich hier. Ich bin hier als Belohnung. Tobi. Tobi. Runterfallen. Willst du mich da runterstoßen? Boah, den Taros, wenn der jetzt... Boah, den Taros ist es. Kevin hat auch... Was geschossen? Taros ist es. Was ist es? Er hat nicht geschossen. Stopp, stopp, stopp. Starraza, stopp. Starraza. Kann doch nicht wahr sein. Fuck. Muss nachladen. Oben ist eine Katze. Wo ist er? Die sind da oben auf den Rouladen. Taros ist es. Taros. Nein, das kann nicht sein. Nein. Ja. Boah, wie knapp. Ist Taros tot? He was a traitor. Ich habe gesehen, wie Taros wen erschossen hat. So, jetzt nur noch einen Tobi. Benni. Okay. Du hast es zu offensichtlich gemacht, Benni. Was habe ich denn gemacht? Du hast die ganze Zeit immer versucht, mich umzudritten, Alter. Du Traitor, Dreck, sag du. Überhaupt nicht. Was ist mit dem TS los, Alter? Der Benni, Alter. Weißt du, ich gehe da alleine hoch und dann gucke ich so hinter mir, wie mich die ganze Zeit jemand schubst und dann steht der Benni mit seiner scheiß Songbrille so hinter mir, weißt du? Der Sascha ist es. Ach komm. Ich habe sofort gewusst, du bist es, Alter. Du hattest voll die Absichten, so, weißt du? Kevin hat auf mich geschossen, natürlich. Sicher. Und da geht es auch schon wieder los. Neue Runde, neues Glück. Warum? Ich habe es vorhin am längsten ausgehalten. Bitte was? Was? Geht noch. Ich bin schon wieder innocent, ey. Was ist denn los? Tobi. Tobi. Wer ist das da hinten? Wer ist das da hinten? Hey, das bin ich. Benni. Du hast mich in Ruhe. Da warst du, Benni. Dennis. Ich bin hier mit dem Dennis. Tobi. Ich bin hier mit Patrick. Ey, was passiert mit mir? Wem? Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Da wurde jemand erschossen. Benni wurde erschossen. Der war mit dem Dennis unterwegs. Hör, 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 hör raus, hör raus. Was? Alter, was ist hier los? Hört doch mal auf zu schießen, Mann. Dennis, es ist. Was? Ey, ey, Tobi. Hör auf, hör auf, Tobi. Hallo? Ich sehe gar keinen mehr von euch. Wo seid ihr zur Hölle? Lebt ihr noch? Ach cool, ich bin das letzte Opfer. Irgendwer hebt die Fresse von euch? Na, schön. Ich hätte ja richtig Bock drauf. Wer lebt denn jetzt noch? Der Taros hat ja eben gerade gesprochen. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, 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 ah. Was ist das? Dennis, warum bewegst du dich nicht? Ich komme da nicht runter, Alter. Ich komme da mit Steuerung. Mit Steuerung? Ach, das geht tatsächlich. Ne, guck. Das geht nicht. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh, zur Hölle. Curry, was muss ich machen? Du bist am oben. Du kannst nicht runter. Wie komme ich denn hier runter? Hä? Augen aufmachen. Der Dennis ist rum oben, also. Schön, dass du auch da bist, Dennis. Oh, die sind von beiden Seiten. Ihr Schweinepriester. Oh Mann. Gott sei Dank, Alter. Sascha, ich habe extra C4 gekauft, Mann, Alter. Du hättest warten sollen. Duschneck kann es gehen. Sehr elegans, Sascha. Duschneck kann es gehen. Ich kann es mal wieder hier reinfinden, ey. Ich weiß. Ich bin da oben am Fliegen war und dann von dir runtergekommen, wie er gestorben ist. Ja. Schade. Schatzki. Ja, musst du den Sarrazar wieder aufkratzen vom Boden, wa? Ich fliege jetzt in den Ventilator. Au, 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 au. Was für Probleme? Voll das riesen Puppenhaus hier auch, ne? Habt ihr es mal angeschaut. Hattest du früher auch ein Puppenhaus? Jeder hat sein Puppenhaus. Das Puppenhaus. Der coolste ist immer noch Hugh Hefner mit seinem Puppenhaus. Oh nein, ey. Was ist denn los? Alter. Patrick und Curry. Hier ist es eng. Patrick. Der Patrick ist es. Patrick macht die Hose wieder zu. Ey, der Patrick, der hat so krass den Traitorblick drauf. Kommt mal her, kommt mal her und guckt ihn euch an, ey. Ich bin hier mit dem Sarrazar. Hey, hol, ich brauche jetzt mal ne Waffe. Boah, das stimmt aber, Alter. Guckt ihn dir an, der läuft hier rum. Wie so ne... Dennis hat ja gerade noch ein Nisse. Ja, um euch zu ärgern, Alter. Ich war gerade Traitor. Ja, klar. Hobi, hinter dir. Oh! Komm her, du, du, renn doch nicht da rein. Wir haben doch einen Napalm immer hier. Ich dachte, das wäre so ne Schockgranate. Der Benni, guck mal, guck mal, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, der Benni. Wir müssen mal... Okay, Patrick ist es. Patrick ist es sowas von. Ich schwöre es dir... Lord Helmchen, oder? Lord Helmchen ist es. Aber du dürfst nicht einfach so. Nee. Ja, dann komm, stell dich hin und pack deine Waffe weg. Also, Dennis ist da. Pack deine Waffe. Ihr seht, wo sind die anderen beide? Wo ist der Tobi? Wo ist der Tobi? Weiß nicht. Ähm, wir sind beide hier oben bei Bücherin. Ey, geh weg. Wer hat die Granate geworfen? Wer war das? Dennis? Der Dennis ist die ganze Zeit. Ich hab gar keine Granate mit dem. Ich glaub, der Sarrazar ist es. Au, Alter. Patrick. Vorsicht. Was soll der Scheiß? Was ist hier los? Kevin schießt, Kevin schießt. Jungs, Jungs. Wer hat die Granaten runter? Jungs, bleibt mal hier bei mir. Der Sarrazar, der fängt gleich an zu schießen. Wo ist der? Wo ist der denn? Wo ist der? Warum? Wo ist der denn? Guck mal hier. Ich weiß es ganz genau. Ey, ich hab... In jedem Moment rastet der wieder aus. Guck mal, wie das schon sucht so. Ich will das gleich als erstes. Ja, ich geh ja weg, ey. Wenn ihr mir nicht glaubt. Ich geh mit dem Sarrazar mit. Komm, wir gehen alle zum Sarrazar. Nein, du bleibst jetzt nicht mit mir mit. Beschwein. Ey, Alter. Ich kenn deine Tricks, Alter. Dennis, wir gehen zusammen mit dir. Ja, komm, komm, komm. Wehe, Benni, du bist es auch, Alter. Wehe, Benni. Sarrazar. Ich bin's nicht wirklich. Behe, Benni. Sarrazar, pack die Waffe weg. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Was hat der denn in der Hand? Der greift nicht an. Die können's beide sein. Ich hab nichts. Alter. Ich will nicht wieder das Arschloch sein, aber ich glaub, dass es ist. Ah, Mann. Guck mal, der schießt hier im Moment. Guck mal, der sucht immer auf wen der Zähne. Alter, genau. Wie seid ihr? Er hat doch gesagt, er hat gar keine Waffe, ne? Und hat die aber nur versteckt. Ja, genau. Ich hab die gerade eben weggenommen. Du siehst, da wurde wer erschossen. Ihr sagt, ich wär's. Warte mal, warte. Alter, wer schießt da? Au, Alter. Wer hat da geballert? Ey, weißt du, das ist der Tobi, der Fenner. Das schmeißt die ganze Zeit Granaten von oben. Ey. Das ist der Tobi, der schmeißt von Granaten von oben. Tobi. Ich bin doch hier oben. Was ist los mit euch? Ey, so leise. Sorry, aber Tobi ist doch nicht leise. Wo ist der Walle? Hier bin ich. Tobi. Ey, 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 Benni, bleib mal hier, bitte. Ja? Der Tobi und der Walle, ohne Scheiß, Alter. Komm, der Tobi, wieder zieh, komm, der Tobi zieh, komm, der Tobi zieh. Ich bleib hier, ich bleib hier. Ey, Tobi, will du zieh. Ey, Benni, lass mal zusammenbleiben. Tobi? Tobi? Wer kommt da hinten? Patrick? Patrick, bleib mal hier, Patrick. Ey, Benni, wir stehen hier echt mit dem Rücken zur Wand, ne? Scheiß, Alter. Guck mal, der Walle wieder zielt, so, weißt du? Komm, der Walle wieder zielt, so, weißt du, komm, der zielt. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ey, der Walle ist es wohl... Ey, du kannst... Ich bin tot. Ich bin tot. Boah, ey, wer ist geerschossen worden? Alter, wer ist geerschossen worden? Das war der Patrick, der Spassi. Patrick, was hast du für eine Waffe? Ich hab eine M4, das war eine Scout. Benni, komm mal mit, Benni, komm mal mit. Boah, wie krass. Warte mal, warte mal, warte mal, Benni. Ey, was machen wir, Dennis? Dennis, bleib hier, bleib hier, Dennis. Nein, der Sarazar, er holt mich jetzt. Ich bin mit dem Walle alleine, ich bin mit dem Walle alleine. Ey, ich hab Angst, ich bin mit dem Walle alleine. Ich bin mit dem Walle alleine. Lauf, da oben steht einer, da geht jeder auf dem Regal. Boah! Der Walle war Traitor, sag ich doch. Dieser Drecksack, weißt du, der mich ja versucht zu locken, Alter. Ich hab's doch gewusst. Entschuldigung, da sind mir die Nerven. Boah, da ist noch einer tot. Patrick ist tot, Patrick ist tot, vom Sniper erledigt. Da sind mir die Nerven durchgangen, vom Sniper. Dennis, Dennis, komm hier schnell rein, komm hier schnell rein. Wehe, Benni, ne? Wehe, Alter, wehe, du bist so ein Arsch, Alter. Nein, 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 wirklich, wirklich, der ist da oben auf dem Regal. Ja, wer soll das denn sein? Ja, irgendeiner, der noch übrig ist. Komm, geh, geh mal. Ey, jetzt muss ich vorgehen. Ja, geh doch, du blockierst den Weg, Alter. Wo ist der denn? Du blockierst. Sag ruhig, ey, du bist tot. Da ist er, da ist er. Wo? Der Curry, der noch nichts gesagt hat, die ganze Runde. Steht da oben. Steht da oben und snipert alle weg. Dennis, lebst du noch? Ja. Okay, sehr gut. Ernsthaft, Curry? Oh, jetzt ist er da reingegangen. Oder dieses Visier, ne? Nein! Hast du ihn? Alter, nicht dein Ernst. Der elegant Dennis. Benni, ey, mach keinen Scheiß. Nein, scheiße. Boah, war super gespielt, Curry, super gespielt. Aber du auch, was soll ich schon sagen? Ja, dein Kill war fragwürdig. Ne, mein Kill war gut eigentlich, Alter. Du hast immer so geguckt, so mit deiner Waffe, wo kann ich am besten ein Shell hinziehen und so? Ja, ja. Alter, ich bin Innocentia in Person. Ja, du warst Traitor, ich hab doch deine Leiche überführt, du. Das war's auch schon wieder. Innocentia. Ist zum Haare raufen. Ist zum Haare raufen. Mir fällt schon wieder das Ding aus dem Kopf hier, der Kopfhörer. Aus dem Kopf. Das Gehirn. Aus dem Kopf. Innocentia, ey. Ja, ist so. Innocentia in Person bin ich. Ja, und keiner will's mir glauben. Wir verabschieden uns für diese Runde von Let's Play TTT. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.